Ich wünsche allen Tieren frohe Weihnacht, frohe Weihnacht wünsche ich allen Tieren, egal in der Situation, dass hier sich befindet. Jeder Mensch sollte helfen dieses Tier aufzunehmen, ein Zuhause dieses Tier zu schenken, wie ich das tue, ich tue, damit die Tiere leben, damit sie überleben. Jedes Tier soll ein Zuhause haben, haben, haben und glücklich schätzen, schätzen, frohe Weihnachten. Überall, 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 denkt an die Tiere, die im Wald sind, die jetzt nichts zu essen haben und erfrieren jetzt vor Schnee. Denkt an die Tiere, habt Herz, habt viel Herz zu den Tieren, helft den Tieren, die jetzt gerade über Winter nichts finden. Helft frohe Weihnacht überall, leuchtet überall, habt Herz zu den Tieren, jedes Tier braucht Hilfe und rettet sie vor Erfrierung. Habt Herz zu den Tieren, habt Herz zu den Tieren, habt Herz zu den Tieren. Zu den Tieren, habt Herz, egal wie euch das Tier befindet jetzt, sollten einfach Herz haben zu den Tieren. Zu den Tieren sollte man ein Herz haben. Herz und Liebe und Liebe ausstrahlen. Habt einfach Herz, habt Herz zu den Tieren und Menschen miteinander, die im Krankenhaus sind. Die kommen nicht raus aus dem Krankenhaus, sondern kein Besuch, kein Besuch. Ein Dank an den Schwestern, die so viel leisten und kämpfen, damit sie überleben. An den Feuern werden läuten, danke, frohe Weihnachten wünsche ich. Einfach glückliche Weihnachten mit viel Herz, dass sie alle zusammenkommt und Liebe ausstrahlt zu den Tieren und zu den Menschen. Liebe ist so glücklich, Liebe, einfach Liebe ausstrahlen zu den Tieren und Menschen. Einfach Liebe, Liebe ist so kostbar, jeden Tag Liebe zu erhalten und Konsumtheit zu den Menschen, zu den Tieren, egal wie ihr die Mensch sich findet. Geht zu den Menschen, sprecht zu den Menschen. Wenn sie alleine sind, helft den Menschen. Die sind alleine, haben Depressionen jetzt. Das ist gerade die schlimme Zeit, die macht einen so doll mit. Liebe, einfach Liebe zu den Menschen, sollt man haben. Auch zu den Tieren dankbar sein, dankbar, dass man überlebt und jedem Liebe schenken.